Hallo, Glück auf. Herzlich willkommen. Hallöchen. Ja, der Titel ist Programm, tatsächlich. Die Lucky Camper haben keinen Camper mehr. Das heißt, jetzt gerade ist er noch da, ist aber aktuell verkauft. Ja, wir verabschieden uns jetzt hier von unserem Günner, der uns sehr, sehr viele gute Dienste geleistet hat. Viel Freude bereitet hat in vielen Ländern, in vielen Urlauben, in vielen Business-Touren. Und man kann ihm nichts nachsagen. Nein. Gar nichts. Nicht im Stich gelassen, im Schneesturm nicht. Bei Eiseskälte nicht, bei Affenhitze nicht. Hat nie wirklich uns im Stich gelassen, wo wir gesagt haben, oh, jetzt kommen wir hier nicht mehr weg oder irgendwie was abschleppen. Nichts, nothing, null, nada. Nein. Und das ist jetzt auch so eine, ja, also ganz ehrlich, in der jetzigen Situation und Zeit, wo alles richtig, richtig teuer geworden ist. Und okay, der eine sagt schon wieder, die Preise gehen wieder ein bisschen runter. Wir werden alles sehen. Aber man kann wirklich die Empfehlung aussprechen, guckt doch mal nach einem gut Gebrauchten. Betraut euch. Ja. Und also wir haben nicht ins Klo gegriffen, war alles wunderbar. So hoppla hopp, wie wir den gekauft haben, haben wir den jetzt auch verkauft, ne? Genau. Also das ging jetzt genauso schnell wie... Wir haben gerade mal geguckt, sechs Jahre waren es, haben wir ihn jetzt gefahren und knapp 100.000 Kilometer drauf gerutscht. Ja, holter die polter, weg ist er. Ja. Ja, weg ist er. Thema ist und was nu? Ja, und was nu? Genau wissen wir es noch nicht. Wir haben da ein paar Anhaltspunkte. Es ist noch alles so ein bisschen in der Schwebe. Ja. Aber irgendwie wird es weitergehen. Definitiv. Aber wie, dann wissen wir selber noch nicht genau. Genau. Bei der Gelegenheit solltet ihr das später vielleicht mal sehen. Also ich rede es gerade an die neuen Besitzer. Wir wünschen euch viel Freude damit. Ja. Und viel Spaß, zumindest so viel Spaß, wie wir auch mit dem Fahrzeug hatten und wie das eure Mobil uns hier Freude gemacht hat auf dem Fiat. Ist ein ganz nettes Pärchen, die den Wagen kaufen und es wird auch wieder einen Hund einziehen. Freut mich ganz besonders. Wie es weitergeht, wir halten euch auf den Laufenden. Aber was dann nicht fehlen darf, als Abschied. Du wackelst ein bisschen über am Tisch. Sorry. Dann ist er erst mal MS. Ein Abschiedsgetränk, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben auch einen Starter damals gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher, man müsste mal die alten Videos noch mal angucken. Aber ich bin ganz ehrlich, ein tränendes Auge und ein lachendes Auge, auf eine Art freuen wir uns auf was anderes. Auf die Zukunft, was sie auch immer bringen mag. Und andersrum ist eigentlich schon schade. Also das Auto war schon oder ist, war genau unser. Ist ein schönes Auto gewesen. Ist es noch und wir hoffen mal, dass egal was kommt, es genauso gut wird. Genau. In diesem Sinne, MS. Bleibt gespannt. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Genau. Irgendwie. Wir melden uns. Alles klar. Ciao. Bis dann.